Herzlich willkommen zu einem Let's Play mit Regelerklärung des Solo-Modus von Wildes Weltall. Wildes Weltall spielt ihr mit 2-5 Personen in 30-40 Minuten oder ihr spielt Solo gegen das ausgebuffte Schlitzohr. Und wie das funktioniert, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Wir konzentrieren uns hierbei auf die Züge des ausgebufften Schlitzohrs und wie dessen Ablauf und Bewegungen durchgeführt werden. Hier seht ihr den Spielaufbau für den Solo-Modus. Alles, was euch selbst betrifft, habe ich aus dem Video rausgelassen. Ihr habt wie im Grundspiel auch drei Karten in der offenen Auslage und ihr nehmt für das ausgebuffte Schlitzohr fünf feindliche Planetenkarten hinzu. Zwei davon sind bereits aufgedeckt, drei weitere werden im Laufe des Spiels aufgedeckt. In der Schachtel findet ihr insgesamt noch weitere feindliche Planeten, das heißt jedes Mal, wenn ihr spielt, kommen auch andere raus. Ihr könnt, je nachdem welche ihr reinnehmt, ihr seht hier, dass sie unterschiedliche Rückseiten haben, auch den Schwierigkeitsgrad beeinflussen. Das Schlitzohr bekommt eine Kommandokarte, die ihr zufällig zieht, keinen Ordenmarker, der kommt aus dem Spiel und die fünf Raumschiffe. Und schon kann das Spiel beginnen. Entscheidet selbst, ob ihr anfangen wollt oder ob das Schlitzohr anfängt. Immer wenn das Schlitzohr auf einem seiner Planeten fliegt, dann landet es entweder unten, wie ihr das von den normalen Planeten kennt, oder wenn es schon auf einem Planeten gelandet ist, erkundet diesen oben, wie ihr das auch aus dem normalen Spiel kennt. Wann immer das Schlitzohr in einem Bereich landet, unten oder oben, werden alle in diesem Bereich abgebildeten Aktionen ausgeführt. Dabei beziehen sich die Aktionen in den Kästchen 1, 2 und 3 jeweils auf die Karten 1, 2 und 3 in der offenen Auslage. Das ausgewirfte Schlitzohr macht den ersten Zug unten auf diesem Planeten, landet hier und jetzt werden entsprechend dieser Symbole links und rechts die beiden Karten aus der Auslage entfernt. Zwei neue werden aufgedeckt und ich mache meinen eigenen Zug. In meinem Zug bekomme ich den Roboter und das Schlitzohr ist wieder an der Reihe. Das Schlitzohr entdeckt auch den zweiten Planeten und darf jetzt links Karten ziehen, in der Mitte eine Karte entfernen und rechts passiert gar nichts, denn dieser Slot ist leer. Die mittlere Karte wird entfernt, es kommt sofort eine neue raus. Links werden zwei Karten gezogen und zwar die erste, die dort liegt und dann auch die Karte, die nachgefüllt wurde. Und damit bin ich wieder am Zug. Ich erhalte aus der offenen Auslage diese beiden Karten und jetzt ist das Schlitzohr wieder an der Reihe. Denkt dran, Karten, die genommen wurden, werden sofort wieder nachgezogen und aufgedeckt. Das Schlitzohr hat schon gesehen, dass ich anfange Roboter zu sammeln, das möchte es natürlich auf gar keinen Fall. Deswegen fliegt es hier hoch und darf diesen Roboter abwerfen. Da dieser Planet jetzt vollständig erkundet wurde, kommt er an die Seite und der nächste Planet für das Schlitzohr wird aufgedeckt. Jetzt darf ich ja wieder meinen Zug machen. Ich nehme die Eule und das Schlitzohr ist an der Reihe und es möchte hier unten landen. Dann darf es diese Karte entfernen und die nächste Karte, die rauskommt, auf die Hand nehmen und das Schlitzohr fügt sich hier der Auslage hinzu. Hat jetzt schon zwei Nashörner gesammelt. In meinem Zug möchte ich die Krake nehmen, denn auf keinen Fall soll das Schlitzohr die Krake bekommen. Der soll ja nicht sechs verschiedene Karten sammeln und das Schlitzohr ist wieder dran. Fliegt diesmal hier hoch. Das heißt, die linke Karte wird abgeräumt und rechts darf das Schlitzohr zwei Karten ziehen, die es seiner Sammlung hinzufügt. Der Planet ist vollständig erkundet, das heißt, er kommt an die Seite und ein neuer Planet kommt rein. In meinem Zug erhalte ich den Affen und die Krake und das Schlitzohr ist wieder an der Reihe. Das Schlitzohr fliegt hier oben auf diesen Planeten und erhält den Affen. Der feindliche Planet ist fertig entdeckt und der letzte kommt raus. Das Schlitzohr möchte gerne Roboter sammeln, das habe ich schon gesehen. Ich erkläre euch auch gleich die Wertung dazu. Das heißt, ich nehme den Roboter und ich erhalte auch den Bär, was mir gut zu Pass kommt, denn das Schlitzohr soll ja möglichst nicht sechs verschiedene sammeln. Ah, da habe ich mir aber ins Knie geschossen. Das Schlitzohr hat jetzt natürlich eine tolle Auswahl an Robotern und fliegt hier unten auf diesen Planeten. Das heißt, alle drei Karten gehen ans Schlitzohr und drei neue werden für mich aufgedeckt. Ja, ich kann ihm natürlich auf keinen Fall noch einen Roboter lassen. Ich spiele meine Karten so aus, dass ich Krake und Roboter erhalte. Jetzt ist beides ziemlich übel. Das Schlitzohr fliegt hier unten rein, kriegt zwei Karten aus der Mitte. Das ist einmal das Nashorn und dann ist es noch diese Eule. Und die rechte Karte wird abgeräumt. Das sagt hier das Symbol. In meinem Zug hole ich mir diese Echse, die Gesandte, denn ich habe Echsen und Wissenschaftlerinnen und kriege dafür Punkte. Das Schlitzohr hat noch gar keine Echse. Das kann unheimlich gut eine Echse gebrauchen und fliegt deswegen hier hoch. Er hält die Echse und die Eule. Eben hier links und rechts jeweils eine Karte. In der Mitte passiert nichts, das heißt, sie bleibt da. Und auch dieser Planet ist fertig erkundet. In meinem Zug bekomme ich das Nashorn und die Krake. Und im letzten Zug fliegt das Schlitzohr hier in den oberen Bereich und darf aus der Mitte nochmal zwei Karten nehmen. Und nimmt diese auf die Hand. Damit sind alle feindlichen Planeten erkundet. Wir haben das Spielende erreicht. Und dann kommen alle feindlichen Planeten, die eine Symbolik aufgedruckt haben, noch einmal in die Schlusswertung. Und zwar seht ihr einmal hier links Symbole aufgedruckt. Und auf dieser Karte rechts links sind Gesandte und Roboter abgedruckt. Und rechts verschiedene Berufe. Hier auf dieser Karte gibt es keine weiteren Symbole. Die kann ich direkt rauslegen. Und nun zählen wir die Punkte für das Schlitzohr wie folgt. Zunächst mal ganz normal, wie im Grundspiel, hat es von einer Tierart drei oder mehr Karten. Dann bekommt es fünf und für jede weitere Karte noch einmal fünf Punkte für diese Sammlung. Hat es sechs verschiedene Tierarten gesammelt, gibt es außerdem nochmal 15 Punkte. Gleiche Tierarten. Hier gibt es drei gleiche für fünf Punkte. Jede weitere gibt nochmal fünf Punkte. Damit sind wir also bei 15 Punkten. Hier gibt es fünf Punkte. Also sind wir insgesamt bei 20 Punkten für gleiche Tierarten. Sechs verschiedene. Eins, zwei, drei, vier, fünf wurden nicht gesammelt. Also keine Punkte dafür. Dann Punkte auf den Robotern. Acht Punkte sind direkt aufgedruckt. Acht Punkte gehen noch einmal ans Schlitzohr. Das heißt, wir hätten hier also schon mal 28 Punkte für das Schlitzohr gesammelt. Jetzt kommen dazu aber noch die Punkte der feindlichen Planeten. Ein Punkt pro Gesandte. Macht nochmal eins, zwei, drei Punkte mehr. Dann noch eins, zwei, drei Punkte pro Roboter. Denn jedes dieser Symbole gibt einen Punkt für jede Karte, die in der Sammlung vorkommt. Bei drei abgebildeten Robotern gibt es also drei Punkte für jede Karte, die in der Sammlung vorkommt. Und da haben wir hier drei. Das heißt, noch einmal neun Punkte für die Roboter. Zu guter Letzt werden wir noch die Berufe. Alle Handwerker oder Handwerkerinnen in der Crew geben zwei Punkte, weil zwei diese Symbole hier abgedruckt sind. Und es gibt in der Crew eins, zwei Handwerker, also vier zusätzliche Punkte. Das heißt, wir sind hier bei 16 Punkten. Und in der Summe gibt es 44 Punkte für das ausgewuffte Schlitzohr. Hier zeige ich euch nochmal den Wertungsblock. Der ist ja eigentlich fürs normale Spiel mit mehreren Personen gedacht. Für das Solospiel habe ich links erstmal die Grundwertung eingetragen und rechts in der zweiten Spalte dann die Wertung der feindlichen Planeten. Ich selbst habe 52 Punkte gemacht und somit knapp gewonnen auf der leichtesten Stufe. Jetzt bin ich gespannt auf eure Ergebnisse. So spielt ihr Wildes Weltall Solo. Ihr müsst euch nur merken, wenn ihr auf einen feindlichen Planeten fliegt, führt ihr alle Aktionen des jeweiligen Bereiches aus, unten oder oben. Und ihr zählt am Ende noch zusätzlich die Punkte für die aufgedruckten Merkmale auf der Karte. Viel Spaß dabei, viel Erfolg. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.